Das ganze Dreck wegbuddeln hier. Naja, da ist es jetzt nicht so schlimm, da stört es aber. Das Kohleloch hier lassen wir einfach so offen dann. Und das hier muss natürlich auch noch weg. Da tu ich mal Holz rein. Machen wir mal eine komplette Reihe außenrum Holz da. Weg, Damage. So, Spitzhacke. Und nochmal Spitzhacke hier. So. Und dann jetzt hier noch. Alles schön. Und jetzt müssen wir nur noch hier die ganzen Ecken da fertig basteln. Und da unten ist ein Loch stopfen. Und dafür ist natürlich wieder eine Leiter. Und das müssen wir hier auch noch alles auskleiden. Oh. Ging ja recht schnell. So. Ein bisschen Stein. Clean Stone. So. Jetzt ist das hier schon mal wieder zu. Runter, runter, runter. Oder? Danke. 3, 4, 5, 6. Und dann hier noch 1, 2, 3. So. Das natürlich auch noch zu machen. So. Okay. Okay. Ja, jetzt sieht das doch schon nach was aus hier. Wird doch schon. Dann hier unten hat noch ein Loch gefehlt. Genau. Da ist alles fertig. Da ist auch alles fertig. Und da liegt noch eine Leiter, die ich vorhin abgebaut habe. Hier fehlt jetzt noch eine Tür. Das ist eigentlich echt praktisch, was ich hier gebaut habe. Fällt mir gerade so auf. Dann kann man hier sozusagen gleich durch. Ach. Und das können wir jetzt auch gleich mal ausbessern, wenn wir jetzt hier schon dabei sind. Ach ja. So. 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 Ach. Und die zwei Holzdinger kann ich auch wieder rausreißen. Brauchen wir eh nicht. Ach. Das ist hier. Tja. Das ist natürlich irgendwie blöd, ne. Äh. Dann machen wir den Ring wieder weg. Und hier müssen wir eh nochmal alles mit Zeugs auskleiden. So. Plopp. 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 Und die drei da noch. Plopp. Plopp. So. So. Und jetzt hier noch kurz hinter den Leitern. Und die da auch noch. Ach, und das Holz kann ich auch wieder weghacken. Hopp, hopp, hopp. So, und dann kommen hier natürlich wieder die ganzen Leitern hin. So, und dann kann ich hier das ganze Holz wieder raushacken. War nur eine unnötige. So, und jetzt hoffen wir mal, dass der Cleanser, den wir gerade dabei haben, reicht für das Vorhaben hier. Haben wir auch wieder mehr Holz. So, drei, vier. Sollte ganz genau bis hierher reichen, genau. So, vielen Dank. Jetzt fehlt nur noch das eine Ding da. Tja, ja. Dürfen wir noch mal kurz nach da unten rennen. Ist ja noch genug da, ne. Ach, nö. Und schon gleich wieder einen verschwendet. So, fertig. Ja, haben wir auf jeden Fall noch genug. So, das hier noch rausruppen. Und dann da... und der zweite verschwendet. Hopp, vielen Dank. So, dann haben wir jetzt hier... jetzt brauchen wir nur jede Menge Holz. Dann geht es jetzt einmal ganz weg ab hier. So, und ich hoffe, es spawnen keine Viecher mehr drin. 1, 2, 3, 4. Das spawnen wir hier unten auch noch gleich mal hier. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, ach, hier war doch das mit der... Ne, ich glaube, ich bin hier... Bin ich hier richtig? Ah ja, genau. Hier war das mit dem Wasser. Höhöh. Ist ja echt cool eigentlich. Kann man sich so ein bisschen umgucken. Naja. Da oben ging es ja... Ging das da oben weiter? Ich glaube, hier ging es gar nicht mehr weiter, oder? Auf jeden Fall höre ich hier ein Skelett. Ach doch, hier ging es ja auch mal ein Stückchen weiter. Muss ich jetzt aber das Schwert auspacken. Kohle. Kohle. Da ist das Skelett irgendwo hinunter geflogen. Tja, wo bist du? Hier hört man Spinne und Zombie. Sogar... Wahrscheinlich oben. Ist gerade Nacht? Ja, es ist gerade Nacht. Wenn ich mich recht entsinne. Es sollte jetzt ungefähr wieder Nacht sein. Äh... Na gut. Einfach mal weiterlaufen hier. Schön. Na gut. Haben wir die Sackgassen hier alle erkundet. Ähm... Nur da unten ging es in den Canyon, glaube ich. Hier. Wenn ich mich recht entsinne. Gucken wir mal rein. Noch mal kurz. Ach ne, da ging es ja so... Oder? Ging das da Richtung Canyon? Ich glaube schon. Ach genau, hier war der Spawner. Haha. Da habe ich mir die Kohle geholt. Und da hinten ging es dann irgendwo Richtung Canyon. Da gibt es auch noch sau viel zu holen, wie ich gerade sehe. Ach genau, das war... Ah ja, genau. Ist wohl hier gerade wenig los. Das finde ich toll. Da hinten scheint auch recht wenig los zu sein. Komme ich da hin? Nee, gerade schlecht. Äh... Hier? Nein, hier war das. Ach komm, jetzt renne ich wieder nicht. Das ist doch... Besche... Äh... Bescheiden. Fackel. 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 Redstone. Gesehen. Alter. Was habe ich denn jetzt für ein fettes Hüllensystem hier bitte entdeckt? Uiuiuiui. Lapis Lazuli. Lava, Obsidian, Redstone, Kohle, Eisen. Uiuiuiuiui. Also versorgt bin ich hier nicht schlecht. Das Wasser lassen wir mal kurz an. Mh... Was ist hier? Ah... Ich hoffe, meine Monster sind an. So, ja stimmt, ich höre ja das Glätte. Äh... Hopp, hopp. Und ich bin ja vorhin auch beinahe an einem Zombie gestorben, wenn ich mich recht entsinne. Au, hallo. Hallo. Au. Alter lag das teilweise. Ist ja nicht mehr feierlich. Na gut. Ich sollte etwas... Ein Creeper. Shit. Uh. Reiste ich mir trotzdem alles ein. Obwohl ich so weit weg war. Essen. Essen. So. Das Wasser muss ich echt abdrehen hier. Ein bisschen Dreck hatte ich doch dabei, oder? Ja. Ein bisschen ist gut. Ziemlich viel Dreck. So, vielen Dank. Wasser, geh weg. Ich hoffe, jetzt überrascht mich kein... Na gut. Jetzt überrascht mich niemand. Schon wieder Lapis Lazuli. Ui. Ist ja sehr schön hier. Finde ich echt sehr nett. Ich frag mich nur, ob ich dann jemals hier wieder rausfinden würde. Creeper? Was auch mal der da an der Ecke macht. Moment. Hallo. Äh. How? Naja, egal. Wir waren zwar eigentlich sauweit weg. Und da hat uns jetzt irgendwie trotzdem noch erwischt. Aber das soll uns jetzt mal egal sein. Äh. Hier. Gucken wir jetzt natürlich nicht durch. Ist jetzt irgendwie blöd. Hier hinten mal noch ne Fackel rein. Ach, da oben geht's auch noch weiter, oder wie? Nein. Das ist nur so ne kleine. Hier ist dann Ende. Das find ich toll. So. Dann stell ich mal hier noch ne Fackel hin. Und dann stopfen wir diesen Lava-Fluss hier. Blub. 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 Hey, geht ja echt gut. Weg. 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 Hey, ging ja echt schnell jetzt. Erstaunlich. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich muss da noch ewig dran rumbasteln. Bis jetzt endlich die ganze Lava da mal weg ist. Was ist denn an? Kann wohl doch auch schneller gehen. So, und dann müssen wir es durchgraben. Ich habe da hinten schon etwas leuchten sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Solltet ihr aber eigentlich schon sehen. So. Ja, jetzt seht ihr es auf jeden Fall, würde ich sagen. Ach, da waren wir schon. Ist ja witzig. Oder war das vielleicht jemand anderes von uns? Fände ich auch ganz lustig. Nee, da waren wir selber schon. Da kann ich mich dran erinnern. So. Das ganze Zeug hier nochmal ein bisschen auf die Seite räumen. Ah. Äh. In der Wüste. Na gut, dann gucken wir da vielleicht irgendwann mal hin. Wenn wir was brauchen. Nicht? So. Hier. Äh. Ich glaube ich sollte mal einen anderen Song machen. Der passt hier unten direkt gar nicht rein. Besser. Ein Lavafeld. Gold. Noch mehr Redstone. Da oben waren wir auch schon. Aber da hinten waren wir noch nicht. So. Eins. Zwo. Drei. Bei mir auch.